Musik Eine Sage aus Gniegl Nahe dem Salzburger Vorort Gniegl liegt am Fuße des Heuberges der Vorleiterhof. Sein Besitzer war weit und breit bekannt wegen seiner guten Wirtschaft. Er war aber trotzdem nicht zufrieden. Eines Tages fand er ein altes Bannbuch, darin stand, wie man den Teufel beschwören könne. Jedes Jahr kommt in der Heiligen Nacht der Teufel ins Brechelbad mit einem gewaltigen Geldsack. Genau das wollte der Vorderleitner sich nicht entgehen lassen. In der Heiligen Nacht zog er mit seiner ganzen Familie und dem Gesinde in die Brechelstube und begann alsbald mit der Beschwörung. Nur der Großknecht wollte mit dem Teufelszeug nichts zu tun haben. Es dauerte nicht lange, da war die Stube mit Pech und Schwefelgestank gefüllt. Und plötzlich stand der Teufel mitten im Raum mit seinem Geldsack. Freigiebig wollte er anfangen, das Geld zu verteilen. Er hatte nur eine Bedingung. Die Seele des Letzten, der den Raum verlässt, müsse ihm gehören. Da erfasste alle Anwesenden schreckliche Angst und sie fingen an zu jammern und zu schreiten. Das hörte der Großknecht und lief zum Kaplan nach Gniegel. Als dieser erschien, warf der Teufel ihm vor, dass er seiner Mutter einmal Geld geliehen habe und er deshalb nicht vor ihm weichen würde. Der Kaplan kehrte um und verständigte den Pfarrherrn. Dieser kam mit dem Allerheiligsten zum Vorderleitnerhof. Als er in der Bergestube stand, gebot er den Anwesenden, diese Städte sofort zu verlassen. Erst dann verließ der Pfarrer rückwärtsgehend das Allerheiligste hocherhoben, den unheiligen Ort. Der Teufel aber konnte dem Letzten, nämlich dem Herrgott, nichts anhaben und fuhr wütend mit dem Geldsack zur Hölle. Der Vorderleitner aber war von seiner Geldgier für immer befreit. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2021